Ich wünsche den Schweizer Jugend und natürlich auch den älteren Leuten unter euch ganz schöne Festtage, einen guten Rutsch ins 2014. Geniesst es mit euren Liebsten. Ich denke, Weihnachtszeit ist immer eine Zeit, in der man etwas emotional wird, die man mit seinen Liebsten verbringen sollte und das geniessen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man vielleicht an den Festtagen auch nicht vergisst, warum man Weihnachten überhaupt feiert. Vielleicht könnte man ab und zu einen Besuch in der Kirche abstatten und sich damit befassen. Das wäre sicher nicht schlecht. Bleibt gesund, geniessen das Leben und alles Gute! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.